Namaste, Namaste, herzlich willkommen beim Kaimi Report an diesem Sonntag, 2. Juli 2023. Ihr seht, ich habe mich in meinen von Karl Lauterbach bereitgestellten Hitzebunker zurückgezogen, weil die Temperaturen sind draussen unerträglich. Es hat etwa 18 Grad, so um die Mittagszeit. Gestern waren es etwa 20 Grad, es hat geregnet die Nacht durch. Also wir erleben einen brutalen Hitzesommer und ich bin froh, auch für die deutschen Freunde. Ich war zwei Tage mit meiner Frau und meinen Schwiegereltern im Schwarzwald. Wir haben den 80. Geburtstag von Schwiegermama beim George Clooney des Schwarzwalds, beim Helmut Jäger im Hirschen in Staufen gefeiert und uns auch sonst gut ergehen lassen. Ja, man kann ja vor allem Zeit noch verbringen mit Eltern und Schwiegereltern. Und die Zeit muss man sich einfach auch mal nehmen. Auch ein bisschen Digital Detox, selbstverständlich. Aber ich bin wirklich froh für unsere deutschen Freunde, dass jetzt dieses Hitzeschutzkonzept durchgeschwuppt ist durch den Bundestag und Herr Lauterbach mit Kältezonen und Hitzeschutzbunkern und was, weiss ich, noch alles vorwärts machen kann. Das ist gut. Von Schamark habe ich gestern eine interessante Information bekommen, dass Deutschland auf Platz 186 ist. Wenn man die Durchschnittstemperaturen anschaut, auf Platz 1 ist Burkina Faso mit der schön klingenden Hauptstadt Ouagatuku. Und Deutschland auf Platz 186 von wie vielen Ländern gibt es etwa 197? Also da hat Lauterbach allem anscheinend eine rechte gute Nase gehabt. Ja, dass er dieses Hitzeschutzkonzept durchgebracht hat, weil wenn man so weit vorne ist in der Hitzerangliste, dann muss man für seine Bürger gucken. Ja, warum mache ich jetzt noch ein YouTube-Video? Weil wenn der Papa nichts sagt, dann merken die Kinder nicht, dass es einen aufgeschalteten Salon gibt auf unserer Partnerplattform. Warum? Maulkörper gefährlich für die Gesellschaft und es geht nicht um FFP2-Masken. Das ist ein ganz anderes Thema, das wir dann morgen noch ganz kurz aufgreifen werden. Nein, es geht um Redefreiheit oder eben auch nicht. Und wenn die Kinder das nicht merken, dass es aufgeschaltet ist, dann nimmt der Papa halt auch an einem Sonntag wieder mal das Werkzeug hervor und macht noch ein Video, damit dann die Kinder merken. Aha, doch, doch, es gibt den Salon, weil es haben schon wieder einige dieser Kinder geschrieben, wo denn der Salon bleiben würde. Aber, liebe Freunde, was tut man denn nicht alles für euch? Und so irgendwann zwischendurch ist dann einfach wieder mal krötales Schmerzengeld, glaube ich, nicht ganz vermessen, das auch mal wieder darum zu bitten. Ja, ich war gestern mit besagtem Jean-Marc am Aletheia-Fest in Bärermünster. Viele, viele Menschen dort und es ist immer schön, wenn man wieder alte Bekannte trifft, wenn man Anne-Marie und Andreas Heissler wieder mal so richtig drücken kann, wenn man sich mal wieder in aller Ruhe und in aller Friedfertigkeit mit Nicola Rimoldi austauschen kann, für den ich immer noch einstehe. Er ist ein intelligenter Mensch, man kann ihn mögen, man muss ihn mögen, man muss ihn nicht mögen, man kann ihn auch nicht mögen. Aber eine wichtige Figur meiner Meinung nach, und ich stehe nach wie vor dazu, ich habe ihm das auch gesagt, dass er es in der Arena recht gut gemacht hat, in Anbetracht der, ja, wie soll ich sagen, relativ widerwärtigen Art, wie er und auch Herr Bühlmann von den Freunden der Verfassung dort behandelt worden sind. Sucharit Bhakti hat gesprochen, ein schwieriges Referat, das er sehr improvisiert gemacht hat, ich würde sagen, 90% der Zuhörenden waren überfordert, aber er hat etwas sehr Interessantes gesagt, und zwar, vielleicht kennt ihr den Begriff der Inzidenz. Inzidenz ist einfach, wie häufig kommt eine Erkrankung vor, zum Beispiel eine Erkrankung auf 10'000, eine Erkrankung auf 100'000 Menschen. Und er hat gesagt, wenn man zwei Erkrankungen hat, muss man deren Inzidenzen, wenn man wissen will, wie viele Menschen haben dann gleichzeitig diese beiden Erkrankungen, muss man sie multiplizieren, also wenn jetzt zum Beispiel jemand eine Herzmuskelentzündung hat, ich komme ganz zufällig darauf, selbstverständlich. Die Inzidenz ist dort 1 zu 10'000 und eine Entzündung der Gehirnmasse, also nicht der Hirnhaut, also eine Enzephalitis, nicht eine Meningitis, das ist 1 auf 100'000. Und wenn man jetzt wissen will, wie viele Menschen, auch bei der Enzephalitis komme ich ganz zufällig drauf, also das hat gar nichts mit den aktuellen Ereignissen zu tun, nein. Wenn man jetzt wissen will, wie viele Menschen haben dann gleichzeitig eine Herzmuskelentzündung und eine Entzündung des Gehirns, dann muss man das miteinander multiplizieren. Er hat dann gesagt, es gäbe dann eine Milliarde Menschen, 1 auf 1 Milliarde hätten dann gleichzeitig eine Gehirnentzündung und eine Herzmuskelentzündung. Und wenn wir sehen, in welcher Häufigkeit diese beiden Dinge parallel vorkommen, dann ist das natürlich weit mehr. Das nur einfach, wie gesagt, völlig zufällig wieder mal eine kleine Nachhilfe in Sachen Statistik. Ja, Andreas Thiel war auch dort und natürlich viele, viele Bekannte der ersten Stunde. Und damit mache ich auch Schluss. Rimoldi habe ich noch gefragt, ja was ist jetzt mit dieser Souveränitätsinitiative? Er hat gesagt, ja wir haben die ein bisschen zurückgenommen, weil wir hatten ja da den Wahlkampf mit Covid-19 und dass da nicht zu viel Energie in nichts geht, eben nur so halbbatziges Zeug. Wir werden das dann anscheinend nach den Sommerferien und Richtung Herbst, da geht es ja um, bei dieser Souveränitätsinitiative geht es ja darum, wie soll ich jetzt das sagen, wie souverän die WHO ist. Ich sage es mal ganz neutral, ihr könnt das ja selber nachschauen. Also aufgeschoben ist nicht aufgehoben, das aus berufenem Munde. Und ich habe auch einen ganz lieben, kompetenten Berufskollegen getroffen, einen Mann der aller, aller, allerersten Stunde. Und wenn ich das sage, dann spreche ich von März, April 2020 im Widerstand. Ich möchte seinen Namen nicht nennen, ihr kennt ihn garantiert alle. Und der Mann hat genug abbekommen und er hat mir berichtet, dass ein Arzt in Neuseeland, in Neuseeland hätte sich über seine Social Media Posts, also die von meinem Kollegen, vom Schweizer Bürger, beschwert, dass seine Posts würden seine Patienten in Neuseeland massiv verunsichern. Und er hat an das BAG geschrieben, Bundesamt für Gesundheit Schweiz. Man möge gegen diesen Arzt, gegen meinen Kollegen vorgehen, wegen standeswidrigem ärztlichem Verhalten und was weiss ich. Das Bundesamt für Gesundheit hat es dann weitergegeben an die FMA, Föderatio Medicorum, Helfedicorum. Die FMH hat es dann weitergegeben an die kantonale Standesgesellschaft, Ärztegesellschaft, Medizinische Gesellschaft, Baselstadt heisst in Baselstadt, im Kanton Aargau, ich weiss nicht genau, wie der Begriff heisst. Und diese kantonale Standesorganisation der Ärzte hat sich dann tatsächlich bei diesem Kollegen gemeldet und gesagt, ja, sie hätten da über Neuseeland, Bundesamt für Gesundheit, FMA, hätten sie eine Beschwerde bekommen und sie müssten jetzt gegen ihn, also gegen meinen Kollegen, ein Verfahren eröffnen, in zwei Punkten Verstoss gegen die standesrechtlichen Statuten, was weiss ich. Und mein Kollege hat dann gesagt, ja, er freue sich wirklich ausserordentlich auf dieses Verfahren, weil er könne dann doch darlegen, in wie vielen Punkten dann die Ärztegesellschaft in den letzten Jahren gegen die Statuten verstoßen hätte, also ungebührliches Verhalten von Ärzten. Und die Moral der Geschichte ist aber, das sei jetzt vor neun Monaten gewesen und er hätte nichts mehr gehört. Was ist die Moral der Geschichte, weil morgen kommt der zweite Teil noch viel verheerender. Die Moral von der Geschichte ist doch, dass jetzt irgendein Arzt in Neuseeland, ohne spezielle Reputation, ohne Medizin-Nobelpreis, ohne, dass er irgendeine mRNA-Impfung erfunden hätte oder sonst eine neuartige Rapid-Herztransplantation, irgendein Arzt, der seinen Job sicher, nach bestem Wissen und Gewissen, in Church City in Oakland oder wo auch immer in Neuseeland macht, geht jetzt auf das BAG los, weil da ein Schweizer Arzt wäre, der seine Patienten mit seinen Posts verunsichert. Und dieses BAG sagt nicht einfach, ja hallo, schreiben Sie ihm doch direkt. Nein, es gibt es weiter an die FMH. Die FMH sagt auch nicht dem Arzt, ja bitte, schreibt doch direkt dem Kollegen, der hat eine E-Mail und eine Postadresse. Und die FMH gibt es weiter an die kantonale Standesorganisation, und die hat auch nicht, Il Gulo, diesem Arzt zu schreiben, schreibt doch direkt einem Kollegen, der hat eine E-Mail und eine postalische Adresse. Nein, sie drohen dem Mann, der wirklich genug erlebt hat an Ungerechtigkeit, was alles jetzt, alles absolut erwiesen ist, bewiesen ist, oder? Nein, man droht ihm erneut, trotz unfehlbarem, also absolut abbegablen Verhalten in den letzten Jahren, man droht ihm erneut mit einem Verfahren. Und darum auch der Titel, ich meine, was hält man davon noch als Schweizer Bürger, als Steuerzahler, als seine Wehrpflicht absolviert gehabt haben, der Schweizer Bürger, der einfach seine Staatspflichten und Staatsrechten warne, was hält man davon noch, dass da irgendein, ich sage es jetzt drastisch, ein dahergelaufener neuseeländischer Arzt einfach ein Tauwabohu anrichten kann, nur weil er sich betupft fühlt, weil seine Patienten verunsichert seien. Ja, was ist denn das für ein Arzt? Was hat denn der für ein Selbstvertrauen? Fragezeichen, ist er nicht souverän genug, ist er bei seinen Patienten nicht beliebt genug, dass sie das glauben, was er ihnen face to face im Sprechzimmer mit oder ohne Maske, ich weiss ja nicht, wie die das in Neuseeland jetzt handhaben, erklären kann, dass das er empfehlen würde und nicht das, was der Schweizer Arzt da schreibt, weil vielleicht in der Schweiz der Wind oft so Windhosen wäre. Und das würde natürlich auch die ganze Diagnostik durch den Wind treiben. Es ist wirklich beängstigend, es ist wirklich beängstigend, jetzt nachdem wir gesehen haben, wie man mit der Neutralität umgeht in der Schweiz und ich mache mir ernsthaft Sorgen, wohin geht das, wenn man sieht, was für Verträge, ich sage nicht von wem, in Aussicht gestellt werden, wer dann die Souveränität hat über die Schweiz, da mache ich mich ernsthaft Sorgen, wie wird denn das, wenn das jetzt schon so ist, dass man da einfach einem Kollegen, der seit vielen, vielen Jahren Arzt ist und eine Praxis hat, der Gestalt vorgehen kann, hat dann niemand vom BAG, von der FMH oder von der kantonalen Gesellschaft den Mut zu sagen, hey, aber hallo, so geht das nicht, da kann ja jederzeit irgendeiner aus Papua Neuguinea oder aus Russland oder aus Brasilien sich über irgendeinen Arzt in der Schweiz beschweren, der seine Patienten in Manaus oder in Sao Paulo verunsichert, obwohl er diese Patienten nie gesehen hat, geschweige denn direkt angeschrieben hat, geschweige denn in Sao Paulo einen Vortrag gehalten hätte. Ja, ich muss jetzt aufhören, es ist ja Sonntag und ich muss noch ein bisschen recherchieren. Der Saalordner, um das abzuschliessen, den haben wir improvisiert machen müssen, weil Niklas, als wir drehen wollten, akut erkrankt ist. Es geht ihm aber schon wieder deutlich besser. Er lässt euch grüssen, sodass wir nächste Woche wieder mit ihm rechnen dürfen und spätestens am Donnerstag haben wir dann auch wieder eine Studioproduktion. Wir haben auch einen interessanten Interviewgast nächste Woche und einen sehr speziellen Salon heute in einer Woche. Ja, das soll es gewesen sein. Liebe Freunde, schaltet um auf unsere Partnerplattform und viel Spass, einen wunderschönen Sonntag. Passt auf, dass ihr euch nicht zu viele Sonnenbrände holt bei diesen unglaublichen Temperaturen und bei dieser gigantischen Sonneneinstrahlung, die gerade herrscht. Ich gehe jetzt hochladen und verlasse meinen Hitzeschutzbunker kurzfristig, um dann natürlich wieder runterzukommen, um mich vom Aufladen wieder abzukühlen. Mein Name ist Marco Kaimi. Ich sage Amandla Aveto. Übrigens, der Shop nur noch offen bis zum 7. Juli. Danach hat Dennis und ihr Ehemann Ferien bis zum 1. August. Ich soll euch grüssen von Dennis. Mein Name ist Marco Kaimi. Meine Zielgruppe, die Aufgeweckten, die es werden und bleiben möchten. Amandla Aveto. Saludos a todos. Salidsame. Man sieht sich. Ich schei什么. Vorsicht. stal auszaste could. Bis zum nächsten Mal. erson. was Bist. iksi。